Auf uns, mein Schatz. Danke. Quatsch. Ich hab dir zu danken, Julie. Oh, die Sicherung. Bei der Entfütenfrau handelt es sich um Julie Delaney, eine Zahnarzthelferin, die in der Gegend arbeitet. Sie ist 38 Jahre alt, Mutter einer Tochter. Die Krähenmorde damals. Drei Frauen wurden aus ihren Häusern entführt. Ihre Männer mit leichten Verletzungen lebend zurückgelassen. Weihnachten waren zwei von ihnen tot. Ich brauche kein Safehouse. Doch, das tun sie. Bringen sie uns alle in Gefahr. Er wird sie ihm nicht geben, John. Bernie, er ist im Hotel. Es kann gut sein, dass er sich noch den Garten vornimmt. Es geht dabei um die Männer. Nein! 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 Wir haben die Krähe nie gefasst. Wo ist sie? Glauben Sie, er ist zurück. Ich denke, er war niemals weg. Ich denke, jeg bin immer weg. Vielen Dank.